Gut, hier sind gerade keine Dinosaurier unterwegs, war's ein Glück. Ja, dreh ab. Nee, 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 nicht zurückkommen. Das meinte ich nicht mit abdrehen. No! Fucking asshole. Fuck off! God damn it. Ist wirklich sein Ernst, ne? Was zum Fick? Seriously. Boom, Zaun kaputt, ne? Ja, leck Arsch. Und dann noch schön durch ein T-Rex-Gehege. Komm, ab durchs T-Rex-Gehege. Dein Maul. Gott. Nee. Komm, komm, komm. Ist gut jetzt. Weg. Lös dich auf, Mann. Lös dich verdammt nochmal auf. Nein, nicht ins T-Rex. Das war ein Witz mit dem T-Rex-Gehege. Das Gain will mich bestrafen, ne? Also langsam hab ich so ein bisschen Bedenken. Dass es das mit Absicht macht. Alter, der geht voll aufs T-Rex-Gehege. Mann. Wenn der Mann nicht gleich wieder für einen Walk geht. Ja klar, guck mal. 100%ig. Ey. Über dem T-Rex-Gehege aufgelöst. Oh, Mann. Komm, reparier den verdammten Zaun. Oh, fuck. Wo sind die Dinosaurier? T-Rex, okay. Da sind alle noch drin, aber noch wohlbemerkt. Fuck. T-Rex. Shit. Oh, oh, oh. Er kommt, er kommt, oder? Er kommt zum Rand. Ja klar. Shit. Verklickt. Ah. Ah. T-Rex. Was Glück ist das so weit hinten. Da kann ja niemand essen. Aber trotzdem. Cooles Anders, wa? Karte. So. Das ist noch nicht repariert. Warum nicht? What are you doing? Komm. Repair that shit. That shit. That shit. What the hell? No. Wo ist der T-Rex? Da ist er. Komm. Shoot him. Was sind denn jetzt die ganzen Dinos? Ist das hoffentlich der einzige, der gerade ausgeboren ist? Bis jetzt. Jo. Oh, jetzt kann er Leute essen, wenn er will. Sollte er aber tunlichst unterlassen. Der Heli trifft noch nicht einmal T-Rex. What is happening there? Meine Güte. Das gibt wieder Stress und Strafe. Alles repariert, oder was? Macht das hier mal jemand, oder? Oder eher nicht? What the hell? Wo ist T-Rex da? Okay. Transport. Ist dem sein Gehege denn schon repariert? Das werden wir jetzt herausfinden. Nein, nicht im Kontrollraum. Hier auf der Karte. Meine Güte. Okay. Got it. Got them. Alle schließen. Jo. Ich glaube, ich habe zu wenig Schutzräume. Unabhängig davon, dass ich vielleicht mehr Sturmschutzbist hier rausbauen sollte. Sturmschutz. Okay. Wieso habe ich minus 200? 36. 1000. Paleobotanik. Krankheit ausgebrochen. Also, wenn ich irgendwas unbedingt jetzt noch haben wollte, war es genau das. Kehrt zur Basis zurück. Okay. Aufgabe hinzufügen. Wo ist der Crankadino? Da ist er. Der macht das und das. Das ist schön. Alright. Coming. Sturmabwehrstationen. Auch incoming. Muss das an der Straße gebaut werden? Das sehe ich nicht. Der Shit. Okay. Cool bleiben. Das hätte ich auch gehofft, ja. Ja. Sturmabwehrstation. Joink. Mehr Sturmabwehr. Bevor ich es bereue, baue ich sie lieber jetzt, ja. Auf jeden. Sonst muss ich nämlich leider kotzen. Und zwar hart. Hier. Direkt. So. Dann haben wir nämlich beide Gehege quasi abgedeckt. Ziehen bauen. So. Okay. Natürlich noch die Straße anbinden. Sonst. Billiger Weg. Ford win. Ja, man. Okay. Dino, what? Ragequid incoming. Achso, da drin. Ja, das ist mir egal. No Ragequid. Okay. Kentrosaurus und Polacanthus. Toter Dino. Wo? Wo? Scheiße, dass wir die Stegosaurier gleich wieder komplett ausrasten lasse. Ausbrüten. Stego. Stego. Ausbrüten. Dino ausbrüten. Stego. Yes. Weil jetzt fällt die Geborgenheit schon wieder. Jo. Wenn die jetzt ausrasten, verkaufe ich sie alle. I'm that fucking serious. Okay. Gut. Koritosaurier. Seid ihr da dran? Esst das doch mal. Bobbies. Okay. Ich behalte das im Auge. Ich werde jetzt nicht schlafen legen. Bullshit. Das gibt wieder nur Stress. Ähm. Kentrosaurus. What? Was ist denn der Kentrosaurus überhaupt? Kentro Bobby. Der ist doch gar nicht... Ist der da drin? Der Ex ist... What? Polacanthus jetzt. Warte mal. Polacanthus. Polacanthus. Was? Apatosaurus. Pariosaurus. 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 Uranosaurus. Coritosaurus. Dieses Missionsziel geht mir grad komplett gegen den Strich, ne? Wie lang dauert denn das hier? Okay, you know what? Fuck him up. Ganz ehrlich, abbrechen. I don't care. Ich verkaufe jetzt die Stegosaurier. Ja, ist mir grad egal. Ich hab nämlich keine Lust, dass das jetzt wieder eskaliert, ey. Habt schon gehofft, ja. So, und dann kommen nämlich die Corridor-Bobbys da rein und dann kriegen die ihr favorite fucking food. Walde Uranosaurus. Urano, Euro, Pellophallus. Leptus, Epileptus. Schachtelhalme. So, was, was füttern wir hier an? Hoffentlich Schachtelhalme. Na, das füttern wir nicht an. Egal, was geht bei euch? Schachtelhalme, okay. Dann sind ja wohl hier Schachtelhalme drin. Gut. So, dann switchen wir das nämlich zu. Können wir die nämlich auch gleich. B-Täuben. Sino-Urn, das sind die, ne? Ja. Sind das alle? Uranosaurier, Uranosaurier. U-R-N. Ja, ich glaube schon. Jo. Okay. Die wollen was eigentlich essen. Warte mal gucken. Verrotetes Holz. Okay, cool. Was? Die Agons werden böse wohl, ja. Verrotetes Holz. So. Futterstation modifizieren. Verrotetes Holz. Yes, keine Papaya. Auswahl bestätigen. So. Gut. Und die verkaufe ich jetzt. I can't take it anymore. Weil anders kriege ich das hier nicht mehr in den Griff. Was? Will den verkaufen? Warum kann ich den nicht verkaufen? Want to sell that piece of shit? What? Warum? Will ich es wissen? Ich glaube nicht. Die gehören doch wohl nicht zu den geretteten Spezies, oder doch? STGNBR. Wieso heißt der NBR? Das Degosaurus ist hier nicht drin. NBR heißt der wohl dann wahrscheinlich. Ja, NBR. Das ist einer von den Geretteten. Wirklich. Aber hier sind sie doch gar nicht ersichtlich. Buzzer. Buzzer. Jetzt habe ich alle verkauft. Die Reserve ist leer. I don't care. Ich nehme jetzt die zwei da oben. Oranosaurus 1. Ich lasse den Stegosaurus jetzt gerade liegen. War gespannt, ob was passiert. Wenn sie ein Missionsziel ist, wahrscheinlich eher nicht. Der Produkt muss eingesammelt werden. Ne? Okay, der wird eingesammelt. Wuzzer. Einfach nur Wuzzer. Ich habe völlig vergessen, weil mich die Scheiße hier so aufregt, hier eine Beobachtungs... Güllerie einzubauen. Güll, güll. Lü, 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 lü. Ne, falschrum. So rum. Hallo? Andersrum. Wow. Ah, super. So rum, ja. Ja, okay. So. Ist ja wohl verbunden, ne? Hat nur keinen Strom. That game. I can tell you. Gut. So, angebunden. Alles klar. Sauber. Und Wuzzer. Wuzzer? Brauche ich nur wirklich noch ein Gehege für ein Stego, ne? Gut, ich meine... Wir haben offensichtlich genug Platz, ne? Aber da die Stegosaurier hier nicht gelistet sind, lasse ich das jetzt gerade mal außen vor. Man sieht hier aber auch nicht die Details, ne? Das Wohlbefinden der Dinos hat die höchste Prio. Ja. Ich kann das sehen. Was noch? Sollten wir vielleicht auch mal auffüllen. Ja, ja. Natürlich. Du bist. Dieses große Gehege war nicht die beste Idee für diese Mission. Sonst wäre es natürlich besser gewesen. Aber aktuell ist das nicht so, du Reiser. So, dann hätten wir Uranosaurus. Dann brauchen wir noch ein Kentrosaurus. Where is that? Kentrosaurus. Den wir noch nicht mal machen können. Oh Mann. Wir müssen also definitiv noch mehr Forschung losschicken. I like. Extrahieren. Polakantus. Kentro. Da sind sie ja. Gut. Polakantus und Kentrosaurus. Polakantus. Das sind die zwei, ne? Ja. Die uns noch fehlen. Okay. Super. Läuft. I don't know. Wahrscheinlich, weil ich so viel geflucht habe. Oh Mann. Aber dead game. Dead game. So. Passt, ne? Geborgenheit. Jawohl. Aber wir holen noch ein Uranosaurus dazu. Weil wir es können. Ausbrüten. Urano. Wo ist er? Da. Äh. Ausbrüten. Damit wir da auf jeden Fall gute Möglichkeiten haben. Dann haben die auch ihr verrottetes Holz, was sie am liebsten essen. Warum auch immer verrottetes Holz scheint non-bar zu sein. Ja. Ich finde es irgendwie eklig. Aber solange es non-bar ist. Alles gut. So. Fucking what. Alles klar. Jetzt geht es erstmal wieder hier weiter. Äh. Mann. Das ist nicht neu. Cory. Die sind nicht neu. Die hatten wir letztes Mal schon erforscht. Jetzt mal unabhängig vom Velociraptor. Ja. Aber. Jetzt kommen die mir mit allem hier neu. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Danke. ει